Willkommen auf Rügen! In diesem Reisevideo möchte ich euch den Ort Sassnitz auf Rügen vorstellen. Sassnitz liegt im Nordosten von Rügen und befindet sich auf der Halbinsel Jasmon und ist bekannt für die berühmte Kreideküste und seinen malerischen Hafen. Im Hafen von Sassnitz findet ihr sehr viele gastronomische Betriebe sowie Bars und Einkaufsmöglichkeiten, wo man bei einem schönen Sonnenuntergang eine gute Zeit haben kann. Wem das noch nicht reicht, der findet auf Rügen noch viele weitere interessante Orte und natürlich auch wunderschöne Strände sowie weitere Naturhighlights. Ein Spaziergang durch die Piratenschlucht entlang der Klippen sollte man auf jeden Fall einplanen, wenn man schon mal hier ist und es gibt in der näheren Umgebung noch viele weitere lohnenswerte Ausflugsziele. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo da und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, um keins meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Über einen Kommentar zu diesem Video würde ich mich natürlich auch sehr freuen und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal auf Instagram vorbei, um euch meine Reisefotos anzuschauen. Bis demnächst, Bye Bye! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.